Exklusiv auf SkyAtlanticH.de Was da passiert ist, ist ernst ausgeprägt. Ein Mord, der keiner sein darf. Ist doch klar, dass das ein Selbstmord war. Er ist zu ramponiert für einen Selbstmörder. Bringt die Fassade der belgischen Provinz Ich muss alles über dieses Dorf wissen, die schändlichsten Geheimnisse. Zum Einsturz. Ein Verfluchter Unruhe steht da. The Break, die erste Staffel. Ab 12. April auf SkyAtlanticH.de und auch auf Abruf.